Die zweite Minute, Miaici trifft die Latte. Schon wieder Glück für Fürth. Der FC St. Pauli wollte seinen positiven. Heute im Team unter anderem mit dem 23-jährigen Florian Carstens. Und da ist er, der Youngster ist da. Drückt den Ball über die Linie. 21. Minute, erst Fehrmann. Burkhardt pariert den Ball noch an die Latte. Und dann ist Carstens da. Und die Standardschwäche bei den Fürthern setzt sich. Der bereitet hier perfekt vor für Möncheng. 2 zu 0 für den FC St. Pauli. Miaici nach grandioser Vorarbeit von Möncheng. Mit dem Kopfball gegen die Laufrichtung von Burkhardt. St. Pauli führt Miaici. Möcheng. 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 Möcheng.